Ich überlege gerade, ob wir noch ein anderes Lied mal probieren. Ich muss mal gerade ausprobieren. Das kriegen wir auch zusammen hin. Das glaube ich. Das geht wieder mit den vierten Fingern los. Wir wandern hoch. Gut, jetzt fangen wir mit Sum, Sum, Sum an. Macht nichts, wir machen es gleich nochmal. Mit dem vierten Finger. Wir fangen mit dem vierten Finger an. Wir wandern erstmal hoch. Okay, das ist unser erster Ton für Sum, Sum, Sum. Ach so, jetzt freut sich. Nochmal. ENDE Lasse!